ja hallo zolti hier herzlich willkommen auf meinem kanal ich halte jetzt mal die klappe ja hallo zolti hier herzlich willkommen auf meinem kanal es geht weiter mit meinen a nach b-videos ich bin mit kollegen im wallis unterwegs die fahrt geht von lenz nach luke 5,6 km wunderschöne landschaft bergig die strasse kurvig es ist zeit die klappe zu halten ich wünsche euch viel spass so Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020